Und jetzt, drüber! Oh ja, der kam gut. Heyo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Skywars. Wir spielen mit dem MLG-Kit und das bedeutet eine Menge Spaß, denke ich mal. Auf jeden Fall, wenn es klappt. Aber, wir haben schon mal tolle Sachen bekommen. Nämlich, braucht man das, das weiß man meistens gar nicht. Aber, damit man nicht stirbt vom TND-Boost, braucht man natürlich auch so ein wenig Rüstung. Minimum einen Lederbrust-Panzer. Boah, jetzt haben wir hier schon Halbeisen-Rüstung. Das passt also perfekt. Ich würde sagen, wir gehen mal, ich habe übrigens gerade mal keinen Shader drin. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Mitte. Das heißt, schnell mal hier ein paar Blöcke aufgebaut. So, wir haben, das Problem ist, oh ja, das sehe ich gerade. Wir haben gar keine Waffe. Wenn wir in der Mitte sind, haben wir ein dickes Problem. Aber, naja. Jetzt erstmal in die Mitte kommen. Wow! So, in der Mitte sind wir schon mal. Aber, die Mitte bringt uns noch nicht weiter, wie gesagt. Denn, wir haben jetzt nur eine Effizienz-Spitzhacke. Und mit ein wenig Glück kann ich den da runterhauen. Ja! Oha, der hat sich irgendwie voll cool gerettet. Ich weiß nicht genau, wie oder... Aber egal. Hier liegen noch Sachen drin. Ich brauche nur... Ich brauche nur eine Waffe. Da! Okay. Okay! Und das TNT nehme ich mit... Oh, ein Diamantenblock. Das ist geil. Das ist echt gut. Also, ohne Witz. Jetzt brauchen wir nicht mehr... Warte mal. Wir machen uns ein Diamantenschwert. Weil ein Diamantenschwert schreckt einmal die Gegner ab. Und... Eine Rüstung haben wir ja schon so ein wenig. Wir könnten uns eine Diamantenhose bauen. Mache ich jetzt einfach mal. Jo! Zack! Oh Gott! Ich muss hier runter... Ich muss hier weg, meine ich. Weil... Ich gerade gar keine Herzen regeneriert habe. Oh nein! Okay, die laufen da beide schon weg. Das ist gut. Ich habe Fallschaden bekommen, obwohl ich... Okay, der MLG hat wohl nicht ganz geklappt. So. Wartet mal. Viel kann ich hier auch nicht mehr machen. Was mache ich jetzt mal? Wir verstecken uns mal eben hier hinter. Und ich hoffe, dass er dann da wieder reinläuft. Bitte, bitte, bitte. Komm schon! Ich habe dich besser erwischt. Ich habe dich viel besser erwischt. Ja! Und damit haben wir ganz viele Sachen von ihm. Oh nein, da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Oh Mann, ey. Der hat erstmal die Sachen eingesammelt. Der Schlingel. Oh! Hier hat sich gerade irgendjemand anscheinend gesprengt. Hm, ich behalte mal meinen. Oh nein, komm, ich nehme das mal mit. Tja. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich wollte eigentlich ein verzaubertes Diamantenschwerd am liebsten, aber... Dafür müsste ich nochmal in die Mitte. Also hier rein, in die... Und er hat Angst. Er hat richtig Angst. Er hat richtig Angst. Wo ist hier der Zaubertisch? Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, dass er jetzt aus der Welt fällt. Er ist tot. Ah, wir hatten ja unseren Feuer-Resistance-Trank. Was? Wo kommt die alle her? Wo kommt die heute alle her? Oh! Ich hab gewonnen! Yes! Wo kamen die denn alle her? Ich fass es nicht. Wirklich nicht. Die waren plötzlich alle da oben. Wir haben einfach mal drei Kills gemacht. Und ich glaube, manche davon wurden gar nicht auf unsere Kappe gezählt, weil wir die einfach nur runtergehauen haben irgendwie so. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir drei Kills gemacht. Cool. Das machen wir. Und wir waren MLG-technisch unterwegs. Dann hängen wir noch eine Runde hinten ran. So, Leute. Nächste Runde auf der gleichen Karte. Wir probieren es einfach mal genauso nochmal. Mal gucken, was dieses Mal passiert in der Runde. Dann kann ich euch mal zeigen, dass ich nicht ohne Grund eben verwundert war, dass da so viele kamen. Denn normalerweise kommen doch nie so viele in die Mitte. Mindestens einer bleibt doch zu Hause und sagt sich, Nö, also in die Mitte. Da muss ich jetzt nicht hingehen. Ey! Aber naja. Den meinte ich gerade auch gar nicht. So, ein Block hingesetzt. Zack, 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 zack. Na? So. Ratet mal, was jetzt noch kommt. Ah, schnell. Ne Waffe bauen. Und da ist noch einer. Okay. Platte rauf. Und jetzt rüber. Oh ja, der kommt gut. Nein! Ich war genau auf dem Punkt, aber ich hatte... Mist! Ich mach das jetzt nur noch mit Spinnenweben. Wirklich. Leg die Platte hier hin. Nimm die Spinnenweben in die Hand und hoffe, dass das jetzt klappt. Und wir sind wieder auf dem gleichen Punkt. Die Revanche für eben gerade... Nein! Schon wieder! Ha, ha, ha! Schon wieder! Weil ich... Oh Gott! Weil ich nicht nach unten geguckt habe, sondern so schräg. Ach, Mann! So, Leute! Nächster Versuch! Wir haben sogar für den Notfall eine Enderperle. Und die TNT-Stücke sind da nicht gut drauf gefallen. Aber das sieht gut aus. Ja! Wir haben es geschafft. Wir sind in der Mitte. Schnell die Spinnenweben abbauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob hier noch jemand anderes ist. Das werden wir gleich herausfinden. So, und... MLG! Na, bau dich durch. Bau dich durch. Schnell was essen. Warte, der kommt hier gleich rein. Der soll aber möglichst lange noch darüber grübeln, was ich wohl für Rüstung habe. Während wir uns hier mit einer zweiten Enderperle ausstatten. Mit einem Brustpanzer, der Schutz hat. Direktheilungstränken! Ui, ui, ui! Also, Mann! Und noch mehr Direktheilungstränke! Geil! Also, das ist doch mal echt gut, was wir hier gefunden haben bis jetzt. Da steht noch eine Werkbank. Na, traut er sich, oder traut er sich nicht? Wir könnten hier auch das ganze TNT eigentlich anzünden. Mal gucken, was er macht. Komm schon! Flieg um dein Leben! Flieg, flieg, flieg! Er fliegt! Ja! Geil! So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, dass wir an den Zaubertisch kommen. So, und... Ah, Mist! Mir fehlen noch ein paar Level. Egal, dann mach ich ja Schärfe mal rauf. So. Oh! Damit hätte er wohl nicht gerechnet. Ich lebe noch. So, flieg du mal aus der Welt! Oder so! Oder so! Mann, da hat er mich... Alter, der hatte... Ich glaube, der hatte nämlich ein Knockback-Schwert. Yo! Der hat genau das gemacht, was ich eigentlich auch machen wollte in dem Moment. Und wofür ich ja nicht genug Level hatte. Naja, egal. Haben wir das auch. So, unsere Rüstung ist ehrlich gesagt nicht so geil. Da geht noch was Besseres, ehrlich. Aber... Oh, eine Diamantenhose! Ein Traum wird wahr! Formen wir sie. Diamantenhose, komm zu mir! Oh, ja! Schuss 2, Schuss 2, Ja, ja, das finde ich gut. Okay, wir sind gut ausgerüstet für den nächsten Kampf. Da vorne! Irgendwie kommen wir alle in die Mitte. Wie schon gesagt, ich wollte ja vorhin gucken, ob das schon wieder jetzt der Fall ist. Ja, ist es. So, wir verstecken uns mal kurz. Guck, da ist er. Er baut sich... Er muss noch ein wenig näher rankommen. Ah, nee, doch nicht. Willkommen in der Höhle des Löwen! Du mit deinem Lederbrustpanzer! Er hat sich neu equippt, das gibt's ja nicht. Aber ich hab... Ähm... Ich hab ja auf meinem Schwert Dings. Äh, auf mir selber. Auf mir... Wie heißt das? Ich hab ja Feuerresistance. Deswegen kann sein Schwert gar nichts und wir bekommen ihn und das war auch schon wieder Finale. Krasse Sache! Mann, da haben ein paar MLGs heute geklappt, ein paar gingen auch nach hinten los oder haben nicht ganz geklappt. Die waren immer auf der Zunge da vorne. Leute, auf Res... Wenn ihr auf Western spielt, landet niemals auf der Zunge. Die wird euch töten. Da wird der Drache euch eher verschlucken wie mich vorhin, als dass ihr dort vernünftig als MLG-Spieler drauf landen könnt. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Runde gefallen hat und ähm... Danke, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also Leute, haut rein und tschö mit Ö! und tschö